Katzen verfügen über einen Reflex, der ihnen hilft, sich im Falle eines Sturzes immer so zu drehen, dass sie auf die Pfoten fallen. Dennoch passieren viele Unfälle, vor allem im Sommer, wenn die Fenster geöffnet sind. So passiert bei Rita und Herrchen Helmut Born. Die Katze stürzte aus dem Fenster im dritten Stock, Helmut Born fand sie blutend vor dem Haus. Ein Schock. Ritas Schutzengel hat vielleicht ein bisschen geschlafen, aber im letzten Moment hat er doch noch die Hand unter sie gehalten und hat sie einigermaßen sanft aufgefangen. Denn der eilig herbeigerufene Tiernotarzt Florian Reichert stellte zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen fest. Rita hatte erstmal nur diese kleine Verletzung hier unten am Kiefer. Das Tückische ist allerdings, dass man natürlich innere Verletzungen nicht so gut ausschließen kann. Deswegen sollte man wirklich, wenn es dem Tier schlechter geht, sofort in eine Klinik fahren oder in eine Tierarztpraxis, wo halt ein Röntgengerät ist, dass man ein Röntgenbild machen kann. Fensterstütze kommen leider sehr häufig vor. Die Katzen lernen nicht daraus. Sie können immer wieder da aus dem Fenster fallen, egal welche Etagenzahl. Und der beste Schutz ist wirklich, so ein Katzennetz anzubringen. Helmut Born hat nun alle Fenster dicht gemacht. Katzennetze sollen Rita in Zukunft vor Dummheiten bewahren. Denn zumindest eines ihrer neuen Leben ist verbraucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017